hallo zusammen vor zwei jahren hatte ich das mikrofon em 91c von mecky vorgestellt den link findet ihr unten in der video beschreibung mit diesem mikrofon war ich sehr zufrieden und habe es auch lange nutzen dürfen ein wertiges mikrofon mit einem pop schutz zum aufstecken derzeit ist das em 91c zum straßenpreis von rund 45 euro erhältlich nun hat mir die firma mecky das mikrofon em 99b zum testen zur verfügung gestellt ich könne das mikrofon gerne eine zeit lang testen vielleicht wäre das ja etwas für mich also für die produktionen meiner youtube videos es handelt sich um ein dynamisches mikrofon mit nieren charakteristik und benötigt keine spannungsversorgung also keine phantomspeisung haupt anwendungszweck dieses mikrofons broadcast also youtube instagram und so weiter dafür ist der frequenzgang mit 50 bis 16.000 hertz für die sprache optimiert das mikrofon ist in einem schwenk bügel montiert ich habe es kopfüber an meinen mikrofon arm geschraubt und habe so den bereich zwischen mikrofon und keyboard frei anders als bei dem em 91c spricht man nicht von der seite in das mikrofon sondern direkt von vorne in die kapsel nach meinem eindruck ist die sprachverständlichkeit sehr gut man sollte möglichst einen abstand von bis zu 30 zentimetern einhalten im lieferumfang ist ein stabiles tisch stativ enthalten und ein xlr kabel in der typisch grünen firmenfarbe ein stabiles stativ ist auch erforderlich bringt das em 99b satte 2,3 kilogramm auf die waage das mikrofon ist komplett aus metall sehr gut verarbeitet und macht daher auch optisch einen sehr wertigen eindruck stichwort xlr kabel das mikrofon hat keinen usb anschluss das bedeutet man kann es nicht direkt mit einem computer verbinden vielmehr benötigt man für die verbindung zum pc ein audio interface diese lösung ist für meine zwecke optimal zum einen nutze ich einen digital mixer mit integriertem audio interface zum anderen habe ich zum beispiel keine probleme mit grundrauschen mir fehlen leider die technischen gerätschaften um details wie zum beispiel frequenzgang rausch abstand und so weiter ganz exakt messen zu können ich kann mich nur auf meinen persönlichen höhereindruck verlassen und ich empfinde den klang durchaus als hochwertig zu technischen details findet ihr im internet ausführliche testberichte die ihr euch bei interesse gerne einmal anschauen solltet ich werde das mikrofon die nächste zeit intensiv nutzen schreibt mir gerne eure eindrücke zu diesem mikrofon unten in die kommentierungen hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020